Das ist der Knallball-Finale heute. 11.5, 11.3, yeah, yeah. Nein, 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 Daniel. Wow. Wow. Ich bin auf der Topfer. Ja, ich habe die Worte. Ich bin auf der Topfer. Ah, shit. Das ist ein Futuristik Duck. und 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 Jungen stupi du 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 jetzt ist es gut ist nicht 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 natürlich erlebt man wird ein der Jetzt bist du tot, oder? Ja. Okay, du willst euch bespielen? Okay. Komm, let's go! Easy win!